Das Abblend- und Fernlicht aller neuen Renault Espace ist grundsätzlich als LED-Leuchteinheit ausgeführt. Diese Leuchteinheiten sind 20% leuchtstärker als die bisherigen Halogenleuchten. Bei dieser eingesetzten Technik entfällt der Austausch von Leuchtmitteln. Lediglich die Leuchtmittel der Blinker sind austauschbar. Um an dieses Leuchtmittel zu gelangen, ist die untere Abdeckung wie gezeigt zu entfernen, die Fassung zu drehen und herauszunehmen. Als Leuchtmittel wird der Lampentyp PY21 Watt eingesetzt.